Hallo, ich bin Daniel, ich trage schon seit über drei Jahren ein Haarsystem und ich bin auch heute wieder hier in Hamburg, weil ich frische Haare bekommen habe. Und ich bekomme auch immer ganz viele Fragen gestellt von euch und deswegen mache ich jetzt das Video und möchte euch die Fragen beantworten. Ich trage ein Haarsystem, weil ich eigentlich schon ziemlich früh Haare verloren habe, also so im Alter von 18, 19 Jahren und da war ich dann nicht so zufrieden mit meinen übrigen Haaren und habe auch darunter gelitten. Da habe ich mir auch Gedanken gemacht, wie kann man das ändern und so eine Haartransplantation kam jetzt für mich nicht in Frage, weil ich auch ein bisschen Angst hatte, ob das dann auch wirklich hält und funktioniert und ist ja auch eine teure Angelegenheit. Und dann bin ich auf Heidecke gestoßen, über YouTube war das und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut und heute trage ich noch immer ein Haarsystem. Ich werde öfters gefragt, ob ich das Haarsystem spüre und wie sich das anfühlt und ich muss ehrlich sagen, also für mich ist das mittlerweile wie so eine zweite Haut. Ich spüre das im Alltag gar nicht, also wie wenn ich auch ganz normale Haare hätte. Klar, am Anfang habe ich das schon gespürt und bemerkt, dass ich wieder Haare auf dem Kopf habe, aber das war eigentlich ein ganz schönes Gefühl. Also das war wirklich toll zu sehen, wie auch meine Freunde reagiert hatten und meine Familie, als ich wieder ein Haarsystem hatte oder als ich ein Haarsystem hatte. Und die waren alle begeistert und ich war quasi auch wie so ein anderer Mensch, weil ich ja vorher auch fast keine Haare mehr auf dem Kopf hatte. Manchen Bekannten habe ich es angesehen, die kannten mich nur mit Käppi und dann auf einmal mit Haaren und die waren so ein bisschen verwirrt, aber die wussten glaube ich, das nicht richtig zuzuordnen. Und wenn ich so unterwegs bin, also ich habe auch schon ganz oft Komplimente bekommen für meine dichten und tollen Haare von Leuten, die nicht wussten, dass ich ein Haarsystem trage. Und das finde ich eigentlich, ist immer so für mich das schönste Kompliment. Also ich trage mein Haarsystem immer so 10 Tage bis 14 Tage. Das kommt immer auch darauf an, ja, schwitze ich viel, mache ich viel Sport, ist es heiß oder auch im Winter ist es eher kühler. Ich hatte aber auch schon mal das Haarsystem drei Wochen drauf, aber länger würde ich es auch nicht draufhalten, weil man möchte auch wieder die Kopfhaut pflegen, möchte ein bisschen Luft gönnen. Und ja, aber eigentlich so alle zwei Wochen die Regel. Ich habe euch ja gerade erzählt, dass ich so alle zwei Wochen mein Haarsystem wechsle und da lasse ich mir dann auch ein bisschen Zeit. Also ich gehe dann ins Bad, fange an, das abzumachen und gönne meiner Kopfhauts auch so eine kleine Kur mit einem Shampoo, mit so einer Maske, mit der Sculptmaske. Und so in Summe brauche ich ungefähr eine Stunde, aber ich lasse mir auch Zeit. Es ist ja auch immer so eine schwierige Frage, zu wissen, was kostet ein Haarsystem. Ich kann für mich persönlich sprechen, also ich brauche so zwei Systeme im Jahr, also die brauche ich sicher. Und da kommt es dann immer darauf an, ob ich jetzt ein Sofortprogramm nehme oder eine Maßanfertigung. Eine Maßanfertigung ist klar teurer als ein Sofortprogramm. Und dann kommt es auch darauf an, wie oft pflegt man das, wie oft wechselt man das, wie ist der eigene Verbrauch da. Das ist auch immer sehr persönlich, aber ich würde jetzt für mich sagen, so grob für mich überschlagen brauche ich so 1.500 bis 1.800 Euro im Jahr. Also ob du dir ein Haarsystem anschaffen möchtest, da musst du mal vorher auch drüber nachdenken und entscheiden, ist das was für mich. Also wenn du eher eine Person bist, die ungeduldig ist, die nicht viel in den Haaren pflegen will, die auch nicht bereit ist, ja auch mal ein paar Pflegeprodukte mehr auf Reisen mitzunehmen, ich glaube, dann ist das nichts für dich. Aber wenn du wirklich Lust hast wieder auf Haare und auch dich damit beschäftigen möchtest, auch pflegen möchtest und vielleicht auch ein geduldiger Mensch bist, der sich auch gerne mal in Dinge selbst reinfuchst, dann könnte es schon was für dich sein. Also für mich ist es was. Wie es für dich ist, das musst du für dich selbst entscheiden. Ich wurde auch immer von Freunden ganz oft gefragt, wie ist es denn mit dem Haarsystem, wenn ich jetzt Sport machen will, wenn ich schwimmen gehen will, wenn ich dann tauchen gehen will, ob das dann einfach oben schwimmt an der Wasseroberfläche. Aber ich habe wirklich sehr gute Erfahrungen mitgemacht, das hält super fest bei mir. Und ihr habt es mal im Flug gesehen, ich war tauchen, ich war wandern, ich war klettern, also ich habe wirklich, glaube ich, alles gemacht, was man mit einem Haarsystem machen kann. Ja, außer vielleicht Fallschirmspringen, aber vielleicht kommt es ja auch noch. Also ich habe euch noch was mitgebracht, so meine wirklich Must-Have-Produkte. Die möchte ich euch kurz vorstellen. Also das hier sind meine Top 3. Einmal sind es für mich persönlich die Lace-Front-Tapes, weil ich einfach wirklich gerne die Tapes in der Front trage. Mit denen kann ich ins Wasser gehen, ohne mir Gedanken zu machen, weil die sind wasserfest. Dann habe ich noch das Deep-Clim Shampoo. Das benutze ich immer ganz gern, wenn ich nach zwei Wochen mein Haarsystem wechsle und dann einfach meine Kopfhaut mal wieder komplett einschäume und gründlich wasche. Und ich finde, es riecht einfach super. Und dann habe ich jetzt hier noch den Hair-Protector. Der schützt das Haar vor der Sonne, vor ÖV-Schäden. Und ihr kennt es ja, ich bin gerne am Reisen. Vielleicht habt ihr auch meinen Vlog gesehen. Und da benutze ich das einfach, ja, eigentlich täglich, wenn ich am Strand bin und wenn ich, ja, wenn ich in der Sonne bin. Und ich glaube einfach, mein Haar-System wird mir das auch langfristig danken. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich fahre jetzt wieder nach Hause. Und ja, lasst ein Like da. Kommentiert das Video, wenn ihr Fragen habt. Ich bin auch gern wieder für euch da. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit den anderen Videos von Haidecke. Und folgt uns auf Instagram, Facebook und TikTok. Bis zum nächsten Mal.